Patrick Helmes bei seinen ersten Schlägen auf Rasen bei den Gary Weber Open. Patrick, im Roger Outfit, ich seh schon, wie fühlt es sich denn an auf Rasen? Weltklasse. Also, ich muss sagen, macht richtig Bock. Ja, wenn ich den Ball nicht ins Netz hauen würde. Kommt dir das Spiel auf Rasen zugute, meinst? Ja, ich glaub schon. Technisch. Das ist ein technisch starker Spieler. Okay, durch bei so was. Oh, Vorsicht. Ist gefährlich hier bei euch. Ja, mein Vater, ich gucke mir mal an da drüben. Man macht schon Bock auf Rasen, oder? Wie fühlt es sich an? Beschreib es mal für die Zuschauer. Wenige haben auf Rasen gespielt bisher. Also, der war drin. Also, ich muss ehrlich sagen, ich hab mich die ganze Zeit drauf gefreut. Also, es ist halt so beich. Also, ich hab gar keine Ahnung davon, wenn es um ehrlich zu sein. Aber allein dieses grüne Fett macht noch richtig Bock. Das kann ich sagen. Ist auch echt geil. Worauf hast dich mehr gefreut? Selber zu spielen auf Rasen, oder dein Idol Roger Federer zu sehen? Ähm, ja. Also, eigentlich, um selber zu spielen. Weil ich heute schon einmal sehen durfte in Basel. Aber das ist natürlich eine perfekte Verbindung heute mit dem selber spielen und ihm her zuzuschauen. Von daher ist es ein großer Tag für mich. Patrick, viel Spaß beim Spielen, ne? Danke. Aber ihr habt gesehen, wie ich den Punkt schon gemacht hab, oder? Ja. Danke. Danke. Danke.